Liste ja auch weiterführen über das gesamte Best-of-Ray. Wer hatte Red für dich mehr Impact gehabt? Meiner Meinung nach schon auf Map Nummer 1, oder? Ich glaube, die zweite Halbzeit, die gehörte Devran dann vom Impact. Aber gerade das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, was die CT-Seite gezeigt hat von NLG da, war dann doch eher die Red-Zeit am Start. Von dem her, schwierig zu sagen, wahrscheinlich unterm Strich tatsächlich dann doch eher Red. Und Xen, der Tänzer hier, in der Knife Round. Am Ende Marek ist aber der, der den letzten Kill dieser Knife Round setzt. Und damit haben wir Pigslip Gaming, die die Seitenwahl haben. Aber das zwei, sind wir ehrlich, der ist relativ ausgeglichen, oder? Ja, das ist eine der Maps, wenn man sich komplett eben den Statistiken hingibt, die am ausgeglichensten noch ist. Von dem her liegt es dann mehr an der Präferenz des einzelnen Teams. Und die Präferenz liegt dann eben doch noch sehr oft auf der CT-Seite. Am heutigen Tage nicht. Pigslip Gaming ist eines der wenigen Teams, die sich auch für die T-Seite entscheiden. Auch das haben wir letztens erst wieder gesehen in einem anderen deutschen Wettbewerb, als auch das der Fall war, dass sich da die T-Seite bewusst geschnappt wurde. Auch im internationalen Bereich sieht man es immer wieder. Es bleibt aber dann doch eher die Ausnahme. Also Pigslip Gaming mit der T-Seite. Und weil ich glaube, NLG hätte für sich selber die CT-Seite beansprucht. Jeder da, wo er gerne starten möchte. Und damit auf geht's in Pistol-Runde Nummer eins auf das Zwei. Pigslip Gaming gegen NoLimit Gaming. Die letzte Map des heutigen Abends im zweiten Game von Spieltag Nummer 5. Hier wird von Marix direkt mal eine Alarm-Flash vorbereitet. Etwas verzögert das Alarm-Flash. Sehr viel B-Fokus von NoLimit Gaming in dieser Pistolenrunde, der sich wahrscheinlich nicht auszahlen wird. Es sei denn, Pigslip verlagert das Game nochmal komplett auf die andere Seite der Karte. Das ist ein Aufbau, den sie häufiger spielen auf das Zwei, vor allem in der Pistol-Runde spielen, der natürlich sehr, sehr retag-orientiert ist. Man versucht natürlich jetzt den Sportspieler da ein bisschen noch zu supporten, aber sind wir ehrlich, Paddy ist eigentlich zum Abschluss freigegeben. Aber durch die Flash... Uh! Mein Gott, Paddy! Also wie viel Damage er da noch macht. Dafür aber jetzt Hiski mit dem Druck von hinten. Dadurch können die CT-Spieler nicht mehr so geschmeidig da stehen. Oh, Red! Eigentlich eine schöne Idee und er kriegt den Jumping-Wallbang-Headshot, aber nicht den Kill. Drei gegen drei. Ja, Hiski kommt jetzt von kurz noch mit dazu. Werdessen haben sie Devran an lang geholt. Sinchen hat sich nicht nur den Erlangen-Spieler, sondern auch den an kurz und den hinten an der Vierer-Box. Und was geht denn bitte ab? Was für eine Runde von No-Limit-Gaming. Ja, also wirklich sehr, sehr krass. Also wie gesagt, sie spielen das natürlich schon sehr auf Retake und häufig münden in dieser Runde auch in einem Retake. Aber da sind sie dann wiederum sehr, sehr stark. Natürlich, da ist auch wieder viel Glück dabei. Paddy, der auf Low-HP geht und mit seinen, ja, weiß ich nicht, an einer Hand abzuzählenden HP auf dem Spot steht, nochmal eine perfekte Flash-Kick und daraus zwei Kills macht und nochmal 70 Damage reindrückt. Da ist natürlich ein bisschen Dusel dabei, aber im Endeffekt, ja, ist die Aktion natürlich gelungen und rechtfertigt damit auch die Kills. Und jetzt geht es in die zweite Runde rein, Force-Buy und direkt erstmal viel Tempo in Richtung der Tunnels. Lässt sich dabei erstmal abblocken, natürlich auch von dem Molotov, der da direkt kam. Und ein zweiter Molotov, den hat Sky hier auch schon parat. Die Smoke von Kree, die fliegt auch ewig, sodass man Timing hätte, um den Molotov zu werfen. Wir haben mal Sky, das grünen Cutters gesehen. Einer rett heraus. Sky bekommt nicht den zweiten Kill. Immerhin hat Xen auf den Spot geschafft. Spielt die Smoke hier aus. Und das macht er wunderbar. Schöner Frack gegen Kree. Immer noch mehr Druck. Er kriegt aber immer wieder Flashes in den Rücken. Und die landen auch exzellent. Und irgendwie ist es jetzt hier gerade sehr viel abwarten. Paddy hat da noch einen Frack in der Mitte gegen Devran gemacht. Aber Xen tanzt die Box weiter aus. Hiski noch mitten im zweiten. Und das war erstaunlich viel Schaden, den beide Seiten hier setzen konnten. Aber die Runde geht mal wieder an No-Limit Gaming. Jawohl. Und damit diese wichtige, diese vielleicht sogar Pflichtrunde gewonnen. Hiski geht jetzt sogar an die AK. Ich denke, der Rest wird weiterhin auf Full-Ico sein. Weil es geht wirklich nur um diese eine Hero-AK von Hiski in dieser Runde. Aber ich glaube, man hat auch gerade gut gesehen, eine Sache, die ich ganz zu Anfang angesprochen hatte, bevor wir auf der ersten Runde in der ersten Map waren. Ich habe ja Sky hervorgehoben, der natürlich allein schon durch seine Werte hervorsteht. Aber ich habe ihn auch hervorgehoben wegen seinen Ankerpositionen und unter anderem den unbeliebten Positionen, wie hier auf dem B-Spot auf der 2 oder auf dem Pit auf Inferno. Und hier hat er gerade wieder gezeigt, warum er diese Position gut spielen kann. Und Xen, legitim, das in so einer Runde zu versuchen. Allerdings damit natürlich jetzt hier eine MP auch noch in die Hände von Pigslip Gaming geraten und unter Zahl direkt für NLG. Ja, ich finde es nicht legitim. Gegen eine Eko muss man nicht so reinheizen, um ehrlich zu sein. Frühe Info. Ja, frühe Info. Okay. Die ist auch nur für 5 Sekunden was wert. Denn inzwischen hätte man zum Beispiel auch schon wieder Richtung Katas gehen können. Aber da steht ja Sky drin. Die haben den Blick nach hinten. Pigslip stellt hier schnell auf den A-Split um. Und Sky übertreibt es dann auch. Noch gab es keinen Zugriff. Und trotzdem will er kurz schon dabei stehen. Zinn währenddessen hat er lange geholt worden. Und Paddy merkt gerade, dass er arbeiten muss. Schöne zwei Frags hier. Marek ist der Letzte. Der geht ihm auch noch auf den Leim. Und damit das 3 zu 0 für No Limit Gaming. Aber mehr Waffen verloren, als man hätte verlieren müssen. Ja. Also man muss sagen, die erste Runde und jetzt auch die dritte Runde, die waren von Dusel begleitet. Also das muss man schon ganz deutlich sagen. Die eine Aktion eben von Paddy auf dem Spot, die wir schon angesprochen haben. Und jetzt auch hier. Klar, ich habe vielleicht mehr Verständnis für den Push als du jetzt in der Situation. Aber das ist natürlich die erste riskante Aktion. Dann das schnelle Nachpushen ohne Zugriff. Da hat man halt Waffen verloren. Spieler verloren, die man nicht hätte verlieren müssen. Und Red bekommt das Duell hier gegen Devran. Allerdings nicht mit AWP, sondern mit einer Scout bei Red. Das zählt. Und damit natürlich... Ey, jetzt komm, das zählt, oder? Scout gegen AWP, das muss man schon fast zählen, oder? Das muss man schon zählen, ja. Chat, muss man das zählen? Ich würde sagen, das muss man zählen. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Da kann der Chat nämlich sagen, was er will. So, Kribe kommt mit den Lower P. Die AWP. Flash Tülski einmal die Mitte raus. Da steht keiner. Klar, sicher, definitiv ja. Dann sind wir uns ja alle einig, Freunde. Sehr schön. Schön, wie viel Harmonie hier drin ist. Und die Smoke war so nicht... Edith, das hätte er doch wissen müssen, dass die so fliegt, die Smoke. Ich war gerade auf einem anderen Spieler, leider. Ich hoffe, ich habe nichts allzu witziges verpasst. Ah, okay. Es war eine verworfene Smoke. Sorry. Auch nur, ich lache über... Schadenfreude. Immer bei mir. Immer. Rote Karte. Ich glaube, wenn meine Tochter später bei den ersten Laufversuchen hinfallen wird, da werde ich meinen besten Tag haben. Ach ja. Ich hatte auch einen letzten Kumpel da, der hat sich schlatt gelacht von meinem Balkon aus. Da kann man sehr gut sehen, wie eingeparkt wird. Ich habe noch nie so viel Hass im Lachen gehört wie in so einer Situation. Aber sie hat auch wirklich 30 Minuten gebraucht für eine Lkw-Parklücke. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es erstmal auf den W-Spot drauf. Und Xen, der zeigt auch, dass er umschießen kann. Trotzdem, der Spot gehört Merix. Und er kann nochmal versuchen, dieses 1 gegen 3 hier anzugehen. Aber, wo Gott sei Dank, kann schon glücklich sein, wenn der Plant hier durchgeht. Aber der geht auf jeden Fall nochmal durch. Xen wird reingeflasht. Der ist low. Aber trotzdem schießt man hier einmal ein Pamphlet um ihn herum. Aber keine Kugel in ihn hinein. Vierte Runde Energie. Ja, so solide, möchte man da schon fast sagen. Klar, es ist der Bomben-Plant geworden. Aber die W-Spot-Verteidigung nicht ganz so einfach. Und vor allem aus der Position, die Xen da gespielt hat, sauber geklärt mit dem Doppel-Kill. Ich hätte euch natürlich auch gerne das Highlight gezeigt, wie Red sein Duell gegen Devran gewinnt mit der Scout. Aber das von Xen das müssen wir natürlich auch festhalten. Jetzt nochmal eine Buy-Round für Pigslip. Voller Loser-Bonus plus Bomben-Plant. Ihr kennt den Spaß, wenn es ums Geld geht. Da können die Pigslip-Gaming-Spieler nochmal reinkaufen. Allerdings kein Geld für eine AWP bei Devran dabei gewesen. Man hätte eine kaufen können, dann hätte Marix aber keinen Kevlar gehabt. Und das Risiko möchte man in der Situation nicht eingehen. Hier erstmal die Erlang-Kontrolle für zwei Spieler. Paddy unten im Underground. Und geht down. Das ist immer eine Risikoposition, keine Frage. Ich bin gespannt, was No-Limit-Gaming jetzt daraus macht, dass sie den Spieler dort verloren haben. Das zieht sich ja durch die ersten Runden, dass sie häufig hier früh Spieler verlieren. Und alles irgendwo angetrieben daraus, dass man eben selber das Duell gesucht hat in der Situation. Sky jetzt mal wieder an der angesprochenen, unbeliebten Position, wo man natürlich zum Helden erwachen kann. Aber eben auch sehr, sehr häufig der Spieler ist, der einfach schnell gefrackt wird. Und danach gibt es einfach nur noch den Save für die anderen Spieler. Ergo ist die Runde dann an seinem Leben entschieden. Aber man lässt sich erstmal viel Zeit bei Pigslip-Gaming. Die Bombe rotiert jetzt doch eher Richtung Lang. Also es ist die Frage, was macht man jetzt noch aus seinen Tunnels-Position? Nutzt man die zum Faken oder schiebt man sie einfach Richtung Kurz, um dann den Split zu spielen? Aber erstmal Sinn! Und der kriegt hier erstmal den Kill. Lange auf kurz aggressiv gewesen und irgendwann hat es sich dann ausgezahlt. 4 gegen 4, also diesen Mann-Nachteil nochmal ausgeglichen. Molly auch nochmal Richtung Tunnels. Der wird allerdings hier nur geworfen, um mir eventuell diesen Push abzuwehren. Den wird es aber gar nicht erst geben. Und guckt dir an, wo der gute Sinn hier immer noch steht. Aber der wird gebankt! Wichtiger Frack hier von Tarsin. Damit er arbeitet der Raum Richtung Kurz. Und vor allem steht Red in einer echt unangenehmen Situation. Hat glaube ich... Ach, die Flash kassiert, konnte sich wegdrehen. Aber Tarsin bekommt auch diesen Kill. Sehr gute Arbeit von Pigslip Gaming. Gleichzeitig in der Mitte nämlich auch die Rotation abgefangen. Und damit ist die Runde eigentlich klar. 4 gegen 1. Da kann Sky nicht mehr viel machen. Gut, er kommt überall lang. Und da bietet sich häufig 1-on-1 nach 1-on-1. Also ganz unmöglich ist es nicht. Aber er hat gar keinen Zug in diese Richtung. Und vor allem erwartet Pigslip das auch schon. Ja, auf der einen Seite erwarten sie auch den B-Spot. Also kann durchaus sein, dass gerade Merix jetzt ihm hier nochmal vor Free reinläuft. Also ein bisschen Damage ist auf jeden Fall noch drinne für den Sky. Und der erste Free-Frag, der könnte hier gleich schon ums Eck kommen. Und Merix... Hey! Free-Frag ist Merix, glaube ich, in kaum einer Situation. Macht das hier schön. Kriegt den Kill. Und nach vier erfolgreichen Runden für NLG, indem man, das muss man ganz klar sagen, immer Waffen verloren hat. Immer ordentlich Waffen verloren hat. Also Pistol-Runde, zwei Waffen durchgebracht. Das lassen wir mal außen vor. Danach zwei Waffen, dann nochmal zwei Waffen. Und eben dann nochmal drei Waffen durchgebracht. Also nie so ganz souverän in der Masse durchgekommen. Und das führt halt sehr, sehr schnell hier schon zur Eko. Aber Red hat wieder eine Scout. Vielleicht gibt es Klingels wieder in der Mitte. Ich glaube, sie tauern. Aber Devran hatte das wohl auf dem Schirm. Auch wenn es kein Frack ist. Diesmal geht er nicht down. Doppelnate direkt gegen Cutters. Das war gar nicht so verkehrt. Der Keant, da gab es noch was verzögert. Oder der Goaty, wir hatten einen Leck. Ich weiß es nicht. Kree und Co. Schon mal gut vorgearbeitet gegen den B-Spot. Ach, das war noch eine etwas tiefere Granate, die Red dann abbekommen hat. Jetzt raffe ich es erst. Und der hält die tiefe Tunnels-Kontrolle in 3-Mann-B-Aufbau. Also das würde ich schon fast als Deck bezeichnen, was No Limit Gaming da spielt. Auch wenn es jetzt nicht der krasseste Deck ist. Mit nur drei Spielern. Eine Flash für Husky und Marix, damit sie das Türmchen unten an der Kiste aufstellen können. Und das ist eben der Moment, in dem Paddy aufpassen muss. Kree ebenfalls dazu angehalten, weiter die Mitte zu halten, während seine Mates Richtung Kurz fighten. Ich glaube, Paddy hat da schon ein bisschen Glück gehabt, dass er mit 95 AP wegkommt. Ja, ich denke auch immer viel Risiko hier gerade bei den Jungs von NLG dabei. Jetzt arbeitet man sich bei Pixlip ein bisschen Richtung Kurz vor. Da gibt es erstmal keine aggressive Deckung. Also auch kein Red, der da auf kurz nochmal aggressiver reinzieht. Also man geht auf Kontakt vor. Damit verrät man hier das Ganze noch nicht. Und Paddy und Zinn könnten da natürlich auch die falschen Informationen mitnehmen. Aber ohnehin, es ist die Eko jetzt hier gerade bei NLG. Pixlip Gaming kann hier eine gemütliche Zweite mitnehmen. Und kann ihr eigenes Geld natürlich auch schon mal in gesunde Bahnen lenken. Zinn, der manövriert sich hier nochmal ein bisschen in der Smoke nach vorne. Und Paddy drückt mit der Diegel hier erstmal ordentlich ein Reiß. Die laufen alle an Zinn vorbei. Der kippt auch nochmal einen an der USP. Also viel Damage hier auch wieder aus der Eko herausgeholt. Und Flying Red, der ist auch noch auf dem Weg. Der sehr, sehr gerne damit beschäftigt ist, hier am A-Sport ein bisschen zu springen. Marix, Tarsin und Hiski sollten das hier aber sicher haben. Ja, sehr starker Double-Kill der auch von Hiski. Und der ist auf dem Weg, noch mehr zu holen. Und er läuft dann in Sky rein. Der schlampft sich die AK. Die Runde bleibt also weiterhin heiß. Red mit der Scout. Natürlich keine leichte Aufgabe. Tarsin hat ihn aber gerade im Sprung geholt. Und Marix mit dem letzten wunderbar geregelt noch von Tarsin und Marix. Trotzdem war es eine ziemlich gute Eko von No Limit Gaming mit den drei Fracks, die sie da machen konnten. Ja, absolut. Also man muss sagen, dass das Pixel Gaming natürlich hier eine souveräne Runde holt, nachdem sie vorher eine souveräne Runde geholt haben und jetzt eben nochmal diese Runde hier nachgelegt haben. Aber es sind bei beiden gerade immer wieder so sloppy Dinge dabei, die zu unnötigen Kills führen, zu Kill-Einladungen führen. Wo wir keine direkten Duelle haben, sondern eben Positionen nicht gecheckt werden, Pushes gespielt werden, die abgezielt werden, etc., etc. Durch diese Runden oft auch früh schon ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eine nicht so schmackhafte Würze erhalten. Ja, das ist, kennst du das, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin? Ja, das trifft sich glaube ich. Wie ins Fußballspiel, ne? Aber es liegt auch vor allem an dem langsamen Aufbau. No Limit Gaming geht da recht wenig Risiko ein. Spielen bis jetzt, zumindest in ihren Buy-Rounds, wenig Aggressivität. Jetzt haben wir hier die Allang-Kontrolle und Pixlip entscheidet sich dafür, kurz einzunehmen, was bedeutet, dass sie, dass sie, ja, einen leeren Raum anspielen. Dort entsteht dann auch kein Duell. Schau mal, eine frühe Rückenflash für Red. Und der wirft sich sofort die Smoke unter das Auto, damit er da seine One-Way ausspielen kann. Da haben sie damit gerechnet, dass Pixlip das Tempo etwas schneller anzieht. Aber das ist hier nicht der Fall. Ja, wir bleiben da erstmal weiter auf kurz stehen. Keinen Meter nach vorne. Oh, Flashes kommen auch natürlich nochmal dagegen, aber jetzt ist der Zugriff sicher. Und Paddy, der wartet da erstmal an der Schräge. Red aber der Erste, der hier zuschlagen kann gegen Merix. Paddy zeigt sich da erstmal noch nicht. Kleine Peaks jetzt von ihm. Und Red kriegt aus seinem Winkel einen weiteren Kill. Red, wie viel geht noch von ihm? Erstmal ist es Sins Molotov, der den Kill macht. The Down-Jump von Devran möchte direkt gegen den CT arbeiten. Gedanke nicht verkehrt, aber Xen kriegt auch diesen Kill. Oh, wow, 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 wow. Zwei Molotov-Kills in der Runde. Auch das sieht man nicht alle Tage. Ja, Devrans Move wirklich sehr gewagt. Aber vor allem Red mit der ABP da von der Langkante aus einen extrem sicheren Drop gemacht. Zwei Frakes aus der Position bedeuten, dass dir sehr viel Initialdruck fehlt aus Sicht von Pixlip Gaming. Die nächste Idee, die man natürlich bringen könnte bei Pixlip, wenn sie die Kurzkontrolle haben, ist mit der tiefen CD-Base-Smoke direkt zu droppen und mehr gegen das Auto zu feilen. Aber Red gewinnt hier das Duell gegen Devran. Hatte der eine ABP? Meine ja. Okay. Also nochmal ein Strich bei Red. Der ist lange mit Tonen stehen geblieben. Hat lange Cutters unten reingezogen. Der wollte noch mehr. Der war noch hungrig. Jetzt geht die Bombe so langsam, aber sicher dann auch lang empor. Das bedeutet, man wird sich hier wahrscheinlich aus den Tunnels zurückziehen. Ich denke, letzter Verbleibender vielleicht Hiski, der seine Position dann nicht aufgeben möchte. Aber ohnehin gerade noch gesmoked. Jetzt hat er sich rüberbewegt. Und Alang scheint jetzt hier die Adresse zu sein. Und da ist die Position von Paddy natürlich ganz entscheidend, der sich am Blue-Container hier schon mal aufgestellt hat. Hiski geht auf die Fakes. Aber da wird gerade nichts gekauft. Also das kann jetzt sehr gut sein, dass Red mit seiner Position perfekt baiten kann für Paddy. Und dass das Setup dann goldrichtig aufgeht. Und er kriegt halt den ersten Kill auch schon mal. Damit ist die Attention ihm in der Situation schon mal sicher. Und es wird super schwer für Pixlip, diese Runde jetzt hier nochmal aufzureißen. Molotov fliegt auch noch rein. Also man gibt hier wirklich 100% den Anschein, dass es gerade nur Red ist, den man hier fightet. Sky bekommt auch Hiski, der über die Mitte nochmal nachgehen wollte. Paddy mit einem, dann ist der Refract da. Und Red macht das auf Langheit wirklich enorm sicher zur sechsten Runde von NLG. Und sie haben drei AKs dabei, sie haben die AWP dabei. Sie konnten jetzt nochmal das eben auch mitnehmen. Und ja, das sieht wirklich knackig aus. Zumal man eben natürlich auch noch dazu sagen muss, jetzt kommt eine im besten Falle Geldaufbereitungsrunde, eine Geldvermehrungsrunde. Wie jetzt heißt es, Kevlar weg. Nur die Eko, nur die Diegels. Und damit muss Pixlip jetzt probieren, ein bisschen was zu reißen. Dass sie das können, das wissen wir. Hiski und Merix eigentlich auch. Genauso wie Kree sind krasse Diegelspieler. Und Hiski zeigt uns, dass das auch stimmt. Er will direkt mehr Raub. Wird dabei dann von Xen geholt. Bisher noch kein einziger Baseball. Es liegt aber außer in einer recht frühen Runde von Pixlip Gaming zu sehen gewesen. Und Kree versucht währenddessen noch aus den Cutters noch ein Duell zu ziehen. Das gelingt aber nicht. Und Paddy steht jetzt sogar close an der Tür. Geile Position. Er kriegt die Flash. Und geht dann auch noch da und die nächste Diegelschelle von Pixlip Gaming. Starkes Ding von Devran. Und Xen muss jetzt überlegen, ob er da in der Mitte wirklich entgegen geht oder nicht. Marex geht gerade raus, als Xen um die Ecke gehen wollte. Boah, war das Timing tight. Ah, da hätte definitiv noch mal was passieren können. Tut's aber nicht. Und jetzt geht es auf einen freien R-Sport für Pixlip Gaming. Es ist Sinn, der wartet nur darauf, dass es auf lange noch was nachschiebt. Aber sie sind wirklich komplett gebündelt auf kurz. Und jetzt heißt es da, mit den drei AKs nochmal hinterher gehen. Marex, der hat die Waffe. Ob man da vielleicht mal über einen Waffenswitch nachdenkt. Zumindest mit Kevlar könnte die M4 da deutlich besser einsetzen. Marex aber in der Ecke. Der wird jetzt gefrackt von Sky. Da hat jetzt auch die Kevlar keinen großen Einfluss gehabt. Zwei gegen drei. Jetzt müssen langsam ordentliche Duelle fallen für NLG mit nicht direkten Refrax. Denn das macht gerade Pixlip Gaming wirklich hervorragend. Immer wieder der Refrag zur Stelle. Und jetzt Sinn im Eins gegen Zwei. Und der wird von Devran an der Diegel hier herausgenommen. Behrend starke Eko hier von Pixlip Gaming. Nackig mit Diegels NLG hier erstmal geschmeidig weggehauen. Ja, und so schön sich das Geld hätte vermehren können, so schnell ist es jetzt hier auch schon wieder am Boden angekommen. Man muss alles ausgeben. Und da heißt es direkt mal Doppel-AWP, Xen und Red für NLG. Ja, auf der CT-Seite wird halt immer direkt bestraft. So ein Winkel, den Red vorher schon gespielt hatte. Höchst geht direkt das Brett reingegeben. In der Mitte, Devran danach nochmal das offensive Positioning von Paddy gepunischt. Wobei man das offensive Positioning nicht unbedingt kritisieren kann. Finde ich, das ist schon eine ganz gute Finte. Dahingehend, dass man vorher in der Mitte ja erstmal einen Spieler verloren hatte. Und so peu a peu gute Trade-Arbeit von Pixlip. Kommt dann eine dritte Runde aus einer Diegel-Eko heraus. Jetzt extrem aggressiv Paddy hier mit der MP9 in den Erlangtunnels unterwegs. Er wird noch ein bisschen länger stehen und bekommt diesmal die Ablenkung von Xen. Es ist eine Doppel-AWP bei No Limit Gaming. Und das Opening gegen eine der AWPs am B-Spot von Husky, der sofort Gas gibt und Sky da unter Druck sitzt. Ja, und jetzt kommt man hier über die Mitte. Aber da ist Xen mit der AWP zur Stelle. Sky kann auch mal nachlegen. Und Xen, der hat noch gar nicht agiert. Der wartet da an der Smoke-Kante. Konnte da, glaube ich, auch ein bisschen was sehen. Und jetzt schlägt Paddy zu. Der da einfach mal komplett durchgelaufen ist von Lang hinten dran. 4 gegen 2, Überzahl. Xen kann aus der Mitte nochmal reingehen. Und auch Kree ohne großartige Chance hier. Also NLG, es bleibt bei dieser einen Runde, die man gerade holen konnte bei Pixlip Gaming. Sofort kann NLG hier wieder auf die siebte Runde gehen. Ja, und damit natürlich auch schon wieder die Finanzen. Schlecht bestellt bei Pixlip Gaming. Was holt man sich damit? Ein bisschen was kann man investieren? Eine Scout bei Kree beispielsweise. Und wir passen ganz genau auf, wenn Pixlip Gaming die Diegels zippt. Na, gerade mit der vorletzten Runde im Gedächtnis. Hier Sky erstmal ein auf B. Wirft natürlich den Molotow in den Cutters Eingang. Und Red diesmal wieder in der Lange unterwegs. Verschießt, muss sich weit zurückziehen. Aber Xen kann dafür in der Mitte noch einen Frag setzen. Sky bleibt cool. Schnappt sich Husky. Xen übernimmt dafür jetzt die Deckung in der Mitte. Jetzt haben sie Alang eine gute Position. Haben mal kurz einen tiefen Blick rein. Das ist das AWP gegen Scout-Duellen, wo Red ein weiteres Mal verschießt. Also er lässt gerade ein bisschen nach. Ist vielleicht nur Zeit. Aber da ist Paddy mit dem Alang Backstab schon erfolgreich. Kree down. Tarsin möchte das zumindest aufhalten. Und das gelingt ihm auch mit dem Diegelschuss gegen Paddy. Und wenn Marek seinen auch noch macht, dann könnten sie sogar versuchen, B anzuspielen. Und auch der Schuss sitzt. Und plötzlich ist der Baseboard frei. Xen hat natürlich noch die AWP. Und das wird auch nur über die Tunnels gehen. Also er kann sich nur in die eine Richtung ja auch bewegen. Rechnet aber noch mit der Mitte. Und jetzt sieht er den Spieler. Und jetzt ist die Frage, geht man nochmal auf den Reepick? Er kann den Winkel natürlich nochmal nehmen. Und den nimmt er auch. Und den trifft er auch. Zweiten aber nicht getroffen. Aber Parsin ist bekannt. Und damit wäre schon der Plantier nicht verkehrt in dieser Drucksituation, in die er hier gerade reinkommen ist. Wenn er zwei so heftig vergibt, dann muss er es auch wieder gut machen. Er macht das hier ordentlich. Ist das zwei vergeben, heißt der No-Scope-Sitz? Also wenn du zwei vergibst, dann muss der No-Scope-Sitz. Okay. Sonst formtief. Ist das so RNG-Manipulation? Ja, das ist ein CS mit drin. Ich glaube in FIFA ist es so, wenn du irgendwie, du kriegst häufig einen noch in der Nachspielzeit rein oder sowas vom Computer. Und hier geht dir ja No-Scope dann besser rein, nachdem du zwei nicht getroffen hast. Ich glaube so war das. Ich habe den Quellcode mal durchgeguckt. Krass. Ja, der ist ja auch offen zugänglich. Ja, natürlich. Kann sich jeder auch sein eigenes Counter-Strike ausbasteln und ein bisschen was ändern. Wir kennen das als Valorant. Hüiski. Back to Business, Mann. Der, also warum Back to Business? Warum überhaupt? Ne, es ist einfach wieder so eine Stand-Counter-Strike-Runde. Axen flasht sich da ein bisschen vor. Jetzt wollen sie natürlich sehr aggressiv decken am Eingang. Paddy kommt hier nach den Jiggles nochmal weg. Auch hier sehr viel Akutsfokus gerade von No-Limit Gaming. Und natürlich muss Pixlip jetzt aufpassen, ob da nochmal so eine Lang-Push kommt. Deswegen arbeiten sie da jetzt noch ein bisschen aktiver gegen. Bei der Deckung, die No-Limit gerade spielt, müssen sie aber wahrscheinlich, wenn zu gut um die Kurzkontrolle gefightet wird, nochmal Richtung Erlang zurück. Oder aus der CD-Base-Kontrolle heraus was machen, was nie einfach ist. Nee, absolut nicht. Jetzt bereitet man vor, was ein B-Split werden könnte. Und dieses Mal vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher enden könnte. Xen mit seiner AWP und er verschießt. Merix runter auf einen HP. Also wenn du kein Glück hast, dann kommt da noch Pech dazu. Und dieser B-Split, der gelingt hier für Pixlip Gaming. Die Bombe kann gelegt werden und das sind Runden, die du auch nicht mehr angehst. Auch Paddy legt den Rückwärtsgang ein. Die M4, die darf ja auch sehr, sehr gerne noch mit in der nächsten Runde überleben. Und Pixlip Gaming, nachdem sie es jetzt auch schon vorher probiert hatten und immer wieder mal gescheitert sind, auch das in Low-Buy's dann gespielt haben, jetzt noch mit einem erfolgreichen B-Split zur vierten Runde. Ja, das ist das, was ich von Pixlip auch ein bisschen vermisst habe. Nicht unbedingt den B-Split, sondern B-Plays im Generellen. Denn das ist ja das, womit No-Limit Gaming Probleme gegen DevFox hatte. Aber dass man solche Games nicht eins zu eins vergleichen kann, ist natürlich auch klar. Insgesamt muss man sagen, hat No-Limit Gaming einen relativ soliden Job bisher gegen den B-Sport gemacht. Mit acht CT-Runden steht man meiner Meinung nach auch recht sicher an der Halbzeit, wenn man jetzt noch alles verlieren sollte. Ein B-Split zu blocken ist generell eine schwierige Aufgabe. Und da dürfen solche Sachen wie das Verschießen von Xen gerade natürlich nicht passieren. Nee, und das ist auch was. Also wir haben es ja schon statistisch angesprochen, dass es auffälliger ist. Aber gerade an der AWP wird es, finde ich, immer noch mal ein bisschen mehr sichtbar, wenn da ein paar kleine Aim-Schwierigkeiten sitzen. Und wir haben es auch schon auf Overpass auch häufiger an der Rifle gesehen, dass da viele Duelle, die man erst mal so beim Zugucken reflexartig schon als Kills verbucht, dann auch nicht zwingend immer sitzen. Also nicht so, dass wir diese Kills natürlich jetzt jedes Mal setzen würden. Das ist definitiv nicht so. Aber dass man auf dem Niveau davon ausgeht, dass sie sitzen. Also da ist so eine ganz kleine Gap zum Rest des Teams zu sehen. Ja, Xen hat ja erst eine Flash in die Cutters geworfen, was natürlich nicht der beste Rush-Block ist. Aber einen richtigen Rush hatte Pixlip in dieser Runde nicht vor, damit er danach den Molotow für die Ecke übrig hat. Und jetzt hat Xen mit der AWP am Plateau natürlich die Möglichkeit, hier Doppelzoom linke Kante anzuzielen. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan vom Doppelzoom bin, aber vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht auch ein ziemlich geiler Move gegen den Jigglepeak, der da gespielt wird. Wieder sehr viel Ruhe drin im Game von Pixlip. Man findet seine Mitte. Da haben sie anscheinend irgendwie so ein Zen-Tutorial auf YouTube gefunden, wenn es darum ging, auf das 2 ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen in die ganzen Gegend. Hätten sie mal eher ein Zen-Tutorial gesehen, dann wäre es ein bisschen wilder zugegangen. Ja, aber nein, viel Aufregung haben wir hier fürs Erste nicht. Seit 40 Sekunden ist einfach nichts passiert. Funnels werden auch nochmal nachgesmogt fürs Protokoll. So, aber jetzt wird es dann wieder der B-Spit werden, sehr wahrscheinlich, oder? Jetzt geht es die Mitte vor, Tarsin auch mit der Bombe unterwegs. Und Devra mit dem wichtigen Kill gegen Xen. Jetzt muss Sky den Spot aufhalten. Er ist der Mann, der das so häufig so gut tut. Ich habe es gespoilert, fast schon angekündigt. Und es ist enorm, wie viel Schaden er gemacht. Aber Plant ist noch sicher. Das können sie noch schaffen. Und ein 2 gegen 3 auf dem B-Spot im After Plant, das kannst du auf jeden Fall auch noch holen. Anschuss dann nochmal, Doppelanschuss gegen Xen und Red. Und jetzt weiß Kreen natürlich, dass er liefern muss, wenn er den Winkel hier nimmt. Und er liefert. Richtig schöner Schuss hier gegen Red. Der Laufwerk über die Karte ist von ihm auch noch abgefangen worden. Und jetzt ist Xen mit 17 HP Lastman Standing. Der geht Hüski auf den Leim. Fünfte Runde für Pigslip. Nach langer Zeit mal wieder eine Folgerunde aufs Konto von Pigslip Gaming. Und zack, ist das Geld weg für No Limit. Dass es schnell kann. Dann gehen wir aber mit allem Positiven, was hier passiert ist. Mit dem schönen Entry von Devran in der Mitte und so weiter. Muss man auch wieder so einzelne Plays hervorheben, die vielleicht auf der anderen Seite auch liegen. Also wenn man sich beispielsweise Sky anguckt, wie viel er auf dem B-Spot noch rausholt. Ist halt auch wirklich insane. Und ich glaube, Pigslip hat jetzt so ein bisschen die Lücke, beziehungsweise die Schwäche in Xen oder beziehungsweise in der B-Deckung auch ein bisschen erkannt. Wäre aber fast schon gegen Sky wieder ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Ich glaube, mit ein bisschen Vorbereitung hätte man das vielleicht auch früher wissen können bei Pigslip Gaming. Mit der kleinen B-Schwäche von No Limit Gaming. Aber, sind wir ehrlich, sie haben es am Anfang auch Richtung B versucht. Jetzt verzückte Langkontrolle, Tarsin, Kree, Devran sauber gegen verteidigt. Fürs 4 gegen 1, auch wenn Sky dann auch ein Frack machen darf. Und so eine solide Eko für No Limit rausholt. Es ist die sechste Runde für Pigslip Gaming. Wir gehen in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Jawohl, so sieht es aus. Ich habe gerade mal im Chat gelesen, irgendwie wird hier ganz schön hart gegen Xen geschossen. Es wird nicht mehr hart gegen Xen geschossen, wenn Xen hart schießt. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also, letztendlich ist das alles immer im Kontext dessen, dass sich NLG einfach auf einem super hohen Niveau befindet. Wahrscheinlich das stärkste Team der Liga ist. Und dass er in diesem Pamphlet aus 5 sehr, sehr starken Spielern als der Schwächste auftritt. Und eben ein paar Szenen hat, die sich halt nun mal abheben davon. Das ist das Einzige, was wir dann ansprechen. Im negativen Sinne, ne? Ja, genau. Im negativen Sinne abheben. Darf man da noch abheben? Muss man da noch sagen, ist das, was wir als Caster auch machen dürfen. Wir dürfen auch schlechte Leistungen ansprechen. Und wir versuchen natürlich auch immer, das Positive hervorzuheben. Und ich finde, Xen hatte auch schon seine guten Aktionen auf dem B-Spot. Aber jetzt ein ums andere Mal gerade gegen den Split verschossen. Wo er vielleicht hätte treffen müssen. So wie Devran hier gegen Paddy in der Mitte. Ja, und Devran. Völlig wichtig, dass seine AWP jetzt hier auch funktioniert. Und gerade in den letzten Runden kommt er immer weiter ran. Jetzt zumindest die 5 Kills auch auf dem Konto. Aber gerade diese letzte Phase, diese 3 Runden, die sie jetzt in Folge geholt haben, immer wieder auch gespickt von Devran. Auch von Devran First Kills, wie auch in dieser Runde. Oder auch im letzten B-Split, den sie gespielt haben. Auch das hier könnte vom Auge vorher schon wieder ein B-Split werden. Und ja, wie soll man sagen? Der Erfolg gibt ihnen da recht, das über die Mitte anzuspielen. Und sie tun es wieder. Jetzt aber eine Doppeldeckung, die sich wirklich nur gegen die Mitte richtet hier. Von Sky und von Xen. Und die beiden machen das hervorragend. Also das nenne ich mal eine direkte Antwort auf das, was Pigslip Gaming jetzt halt nun mal sehr gerne gespielt hat. Und auch wenn jetzt hier der Kill kommt von Hiski, muss er das nochmal klatschen. In Mainz-Girchen, in zwei. Und dann drückt diese Kugel da irgendwie rein. 9-6 Halbzeit. Und damit verabschieden wir uns in zwei Minuten Pause. Wir sind gleich wieder für euch zurück. Mit der zweiten und letzten Hälfte des heutigen Abends. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit zwischen No-Limit Gaming und Pigslip Gaming auf das Zwei. Es ist der fünfte Spieltag der 99 Damage Liga Season 17. Und hier am Mikrofon für euch Desiree und Hetschinski unterwegs. Relativ ausgeglichen das Ganze bis hierhin. Wie stark siehst du die Tendenz, dass No-Limit hier ein 2 zu 0 einfährt? Die Tendenz ist auf jeden Fall da. Allein schon deswegen, weil ich sie auf der T-Seite ein bisschen stärker einschätze. Und von dem her natürlich schon allein vom Siding her ein bisschen was auch geht. Aber Pigslip gehört das Momentum. Sie haben Lücken gefunden, auch wenn die letzte Runde jetzt nicht gewonnen war, gegen Ende dieser Halbzeit. Und das war der Punkt, wo ich glaube, Pigslip weiß jetzt, wie es läuft und kann eventuell auf der CT-Seite jetzt auch zeigen, was geht. Auf Overpass haben sie auch eine starke CT-Seite gezeigt. Und wenn Merix solche Bretter reindrückt, dann geht es doch schon mal gut los für sie. Sin aber verzögert über kurz. Der kann den Kill machen, muss aber auch aufpassen. Von hinten wird schon gepusht. Gerade hat er die Attention. Jetzt riechen wir jetzt. Jetzt ist der Blick aber wieder da. Kree kann ihn kriegen, aber vorher ein Kill noch für ihn verbucht. Zwei gegen zwei im Afterplant. Ja, Bombe schon mal gelegt. Er hat extra Geld mitgenommen. Hütschi kommt über die City Base unten vor. Xen hat das auf dem Schirm. Und der Elstermann-Frag sehr gut. Vor allem sehr wichtiger Frag für ihn. Kree. Da kann er sie sich aufreihen. Bleibt cool. Aber der Headshot geht nicht rein. Bei Red allerdings schon. Und damit die Führung ausgebaut für No Limit Gaming. So sieht es aus. Pistol-Runde mitgenommen. Und schon sprichst du natürlich wieder die Deagles und die Scouts bei Pixel Gaming hervor. Und ja, so lang ist hier noch gar nichts gewonnen. Wie häufig geht diese zweite Runde nochmal flöten. Aber immerhin schon mal diese Runde hier mitgenommen. Trotzdem schöne Eröffnung da auch von Merix auf lang. Der erstmal zwei gute Frags hier ziehen konnte. Kree geht das Duell hier ein. Kriegt aber erstmal den Anschuss hier von Red. Zieht sich danach auch zurück. Smoke liegt. Damit möchte man natürlich vermeiden, dass der Gegner sofort mitbekommt, dass es hier ein bisschen mannstärker zugeht auf dem A-Spot. Wir sehen auch Sin, der sich da schon in den Tunnels abgefunden hat. Also wenn es da einen Push gibt, dann kriegt man das auch mit. Aber erstmal über kurz und dann räuft man in zwei Spieler hinein. Aber Sky ist super sicher. Na Wahnsinn, wie er da auf den zweiten Spieler raufflegt auf den Kopf von Husky. Wunderbarer Doppelkill. Und sofort erstmal ein bisschen Tempo wieder rausgenommen. Spieler auf die Kiste geboostet für ein etwas besseres oder unerwarteteres Duell für den Spieler, der da vorkommt. Und Tarsin scheint auch zu überlegen, ob er das mag. Flasht sich rein, schnappt sich die Degel. Den Spieler auf der Box hat er damit nicht gesehen. Zumindest mit der besseren Waffe hinten vom Spot. Keine schlechte Gelegenheit, noch ein bisschen Schaden zu machen. Vielleicht ist sogar mehr drin für Pixlip. Ja, also noch ist es nicht vorbei. Noch kann die Degel hier auf jeden Fall auch nochmal den Ausschlag geben. Und Tarsin, der belohnt sich dafür, was er da mitgenommen hat. Und Krimen, der hier mit seiner Scout auch noch was reingibt. Merix mit drei Degelbrettern. Und Tarsin ist alleine. Die sind alle low, aber er ist auch low. Der wird angezielt und dann ist Feierabend. Pixlip Gaming mit den Degels am Start. Und direkter Counter sitzt, obwohl eine 5 gegen 3 Überzahlsituation entstanden ist aus NLG-Sicht. Pixlip hat direkt gesagt, nachdem die zwei Spieler kurz gefallen sind, die geben uns diesen kurzen Moment, dass wir alle drei Spieler auf den A-Spot schieben können. Sie haben es gemacht, ohne dass No Limit das richtig mitbekommen hat. Und anstatt, dass du locker, pflockig gegen einen Spieler auf den A-Spot draufläufst, ziehen auf einmal noch zwei Spieler von der Schräge mit rum. Tarsin macht dabei noch einen Kill. Da ist eine Scout dabei. Super viele nervige Duelle, die du dann eingehen musst, die nicht an dich gehen. Eine absolut krasse Runde von Pixlip Gaming. Super stark rotiert und verdient geholt. Und jetzt auch noch der First Track für Marek Seng. Zusätzlich dazu haben die noch drei Galils mitgenommen. Ja, man darf nicht vergessen, das ist immer die schlechteste Konstellation, die du haben kannst, in diesen Forceplay dann gedrängt zu werden in der dritten Runde, nachdem du die Pistol-Runde ja erst mitgenommen hast. Und jetzt müssen sie mit Digit das Gleiche zeigen, während sie gegen die Waffen, die sie eben gerade noch gekauft haben, drei Galils an der Zahl, jetzt bestehen müssen. Plus die M4, plus die AOG. Also da stehen die Zeichen doch schon sehr, sehr schlecht. Ja, stacken da ein bisschen auf kurz. Da gibt es erstmal weiter nichts zu holen. Smoke-Lücke kann man natürlich ein bisschen ausnutzen. Aber Sky, der macht weiter mit sexy Klicks und auch Pedicants. Also die Digits, die haben einen, die haben die Hauptrolle in dieser Partie. Ja, dann facet man aber sehr, sehr häufig gegen Husky rein. Xen übernimmt nochmal. Starker Double, kann den dritten Spieler ansagen. Aber will man es jetzt vielleicht sogar übertreiben? Marex kommt dann der Smoke nochmal vor, kommt bis zur Schräge. Xen gerade so hinter die Viererbox. Keine Damage-Granate mehr bei Marex am Start. Er arbeitet sich gut vor. Aber da steht Pedicant schon zu nah dran. Und jetzt geht die Digit-Forceball-Runde am No-Limit-Gaming. Aber nach was für Bomben? Heftig. Also wirklich richtig heftig, was hier gerade gezeigt wird. Also da kannst du Replay an Replay abspielen, was die hier gerade mit den Digits veranstalten. Und dieses Mal ist es Xen, der unsere Kritik gehört hat und sich auf Platz 1 des Scoreboards jetzt hier auch geschossen hat. Auch mit sehr, sehr krassen Digel-Aktionen hier an der Stelle. Und natürlich folgt direkt ein Forceball-Beehler zurück. Und da geht es mit der Scout rein für Kree. Drei Scouts sind dabei. Also sehr, sehr viel Potenzial, dass es hier solche Szenen auch nochmal gibt. Das ist verrückt. Es kann hier in Counter-Strike Ping-Pong münden, wo die Runden einfach nur noch hin und her gehen. Szenen drückt aber die Runde schon mal hier in ihre Richtung. Nächster Anschluss aber auch schon geglückt für Kree. Na, Paddy mit der Scharnier-Smoke. Durch den Rayfrag in der Mitte wieder eine 4 gegen 4 Situation. Und Husky hat seinen Molotov da direkt eingesetzt. Will nochmal eine Nate hinterher werfen, wenn der Molly weg ist. Und die könnte richtig gut landen. Dann zieht zumindest Paddy nochmal ein paar HP mehr ab. Und die können, die sind es halt auch gerade wert im Kampf gegen die ganzen Scouts. So, Xen. Noch mal eine Granate mitgenommen von Red, die er da hat fallen lassen. Xen muss die Ecke close eigentlich checken und er läuft einfach vorbei. Doppelkill für Husky, weil die Ecke nicht gecheckt wurde. Und jetzt der Zugriff auf den Baseboard, ohne dass über die Mitte abgelenkt wird. Da Kree sogar noch den Nächsten bekommt und schnappt sich dann auch noch den Schuss gegen Xen. Es scheppert mal wieder, diesmal bei Pixlip. Heftig. Was ist das bitte hier gerade für ein Hin und Her? Kein Team kann sich hier mit einer Doppelrunde absetzen. Pistolrunde für NLG. Deagle-Konter für Pixlip Gaming. Deagle-Konter für NLG. Und jetzt geht es mit Scouts und Deagles wieder dagegen. Vor allem mit Scouts, vor allem mit Kree-Scout, um es mal hier auch zu benennen. Und jetzt gibt es was für einen Ball hier auch immer. Man muss halt gegen Forsten und jetzt hat Paddy die SG dabei. Wurde vorher nochmal gefragt, warum die nicht mehr gespielt wird. Es ist super, super selten. Ich würde sagen, in einem von 20 Maps sieht man sie dann vielleicht doch nochmal. Aber durch die Reduktion der Fire-Rate dann doch zurückgenommen. Und Xen mit seiner Dagle und der Spraydown. Ich will nicht sagen, dass der mit der AK gesessen hätte, aber der hätte mit der AK gesessen. Ja, gerade bei Paddy, der die AK so gut unter Kontrolle hat. Paddy und Cindy sind ein ultra gefährliches Duo. Und Debran, da noch mit dem Frack gegen Sky. War der schon angeschossen? Zack, der Headshot hinterher. Und hier knallt es halt gerade, was die Scouts angeht. Vor allem auf Seiten von Pixlip. Kriegt Debran dann noch ein? Das wäre natürlich zu viel gewesen. Jetzt hat Xen die SG übernommen mit dem ganzen Kevlar. Sinn hat währenddessen einen Frack gegen B gemacht. Und man jetzt vielleicht sogar einen One-on-One gegen Marix gewinnen kann. Aber der hat ein gutes Timing. Und damit ist doch keine B-Spot-Kontrolle möglich für No-Limit-Gaming. Und damit entscheidet sich Xen auch ganz, ganz schnell wieder den Weg zu wählen über den T-Sporn. Er hat eine SG dabei, von dem er ein bisschen Chancen sind noch da. Aber ja, zwei Spiele im Gegnerteam auch noch mit den Rifles ausgestattet. Und er wird gesehen in der Mitte. Und jetzt rechnen wir mit der Rotation. Und er könnte jetzt hier vielleicht den Spieler, der vom B-Spot wegschiebt, sollte er jetzt hier über die Tunnels gehen, abfangen und dann vielleicht doch nochmal auf den Spot kommen. Das ist gerade ein bisschen natürlich das Spiel damit, wo er jetzt hingelaufen ist. Ob links oder rechts weg vom T-Sporn. Jetzt geht es Meter für Meter nach vorne. Aber ja, spätestens jetzt hört ihn der K-Spieler. Und damit ist es auch klar, Debran kann supporten. Und ja, Blick zum K ist auch nicht da. Marix mit dem nächsten Frack und auch einer starken Runde. Pig-Slip Gaming schafft es jetzt diesen Teufelskreislauf, möchte man fast schon sagen, zu durchbrechen und sich die Doppelrunde zu sichern. Und damit jetzt aber auch wirklich mal eine Eko. Ich vermute, dass der SG-Buy eben aber auch wirklich ein Miss-Buy war. Denn Paddy hat einfach nicht mal Kevlar oder so dazu gehabt. Der ist einfach komplett auf die SG gegangen. Und im Chat wurde es gerade auch schon geschrieben, die Möglichkeit für eine Full-Eko. Und jetzt komplett kaufen, wäre auf jeden Fall da gewesen, dass man jetzt nochmal ein Force-Bike dazugespielt hat. Das könnte No-Limit Gaming natürlich weit zurückwerfen, zumindest zur Anschlussrunde von Pig-Slip Gaming. Könnte es führen und ein Dicken-Aid in seinem Häuschen rein und der Spray-Down-Aid mit Tarsin verhindert, dass A's trotzdem stark ist. 4K von Pig-Slip von Hüski. War eine 99-Damage-Granate sogar dabei. Wo ist die Ratsche? Ach, das ist eigentlich noch deine Billow-Ratsche? Nee, ich habe meine USB-Stick, ich weiß gar nicht, was das noch war, Kombination habe ich nicht mehr. Machst du so einen Inbus-Schlüssel, so einen kleinen? Stimmt, ja. Das war's, das war meine Bildschirmhalterung hier. Ja, wunderbar. Wenn ich es mir schon nicht merke, dann... Immerhin das, ne? So, also, 5 AKs jetzt für NLG. Also, bei Runde wieder angesagt. Und Merix, der führt die SG jetzt halt einfach mal weiter. Also, ungewohntes Bild, zumindest, ja, zur aktuellen Zeit, seit ungefähr einem Jahr. Aber vielleicht kann er ja doch die Waffe nutzen, weil Taben geht natürlich immer noch, auch wenn die Feuerwehr hat unten ist. Also, definitiv nicht useless, aber, ja, useless, wenn nicht Red halt komplett direkt mal zwei Hüllen weiterschießt. Basebot unter ihrer Kontrolle, Sky auch schon mit einer wunderbaren Position und damit die Runde durch. Das sollte man nicht mehr angehen. Und Hüski wird wahrscheinlich hier auch noch fallen. Also, auch die Waffe weg. Und Tarsin, die letzte Waffe, die noch im Spiel ist. Weiß nicht, ob man die jetzt überhaupt so krass handen sollte oder sie wahrscheinlich doch eher durchgehen lassen sollte. Aber Sky ist da auch schon auf dem Weg. Und wenn sie fallen sollte, da muss man ihnen natürlich recht geben. Aber hier verliert man eine eigene Waffe. Und jede Waffe, die man hier verliert, kann man nicht zwingend adäquat nachkaufen, wenn es jetzt hier unter die drei Waffen geht. Oh, Tarsin kommt da noch durchgehoppelt. Und er wirft jetzt alles raus. Das ist natürlich auch nochmal Geld, dass sich Tarsin aus der Tasche gezogen haben, dass er hier Smoke, Molotov, HE, alles einsetzt, um überhaupt in diese Fit-Position zu kommen. Aber sie gehen hin. Der Call ist da. Die Jagd ist eröffnet. Und der Showdown im Pit geht an No-Limit Gaming. Verlieren keine weitere Waffe, was dazu natürlich auch nochmal sehr, sehr gut ist, sehr, sehr wichtig ist. Pixel Gaming hat aber genügend Geld zur Seite gelegt, um jetzt nochmal zu kaufen. Ja, und auch genug, um den guten Devran an die AWP zu schicken. Während natürlich das Gegenstück hier gerade noch fehlt. Man bleibt natürlich gerne hier weiter auf diesem Full-AK-Setup. Mal gucken, wie viel Devran jetzt hier auch bewegen kann. Der uns vor allem mit seiner Scout hier auch schon wieder gezeigt hat, dass er es kann, auch wenn es hier gerade definitiv nicht seine stärkste Map ist. Das muss man auch ganz klar beleuchten. 37er EDA da aktuell bei ihm. Das ist ein bisschen dünne. So, lang geht es nach vorne. Und Devran setzt erstmal den Entry gegen Kurz. Und damit mal gucken, was man mit dieser Lang-Kontrolle hier machen kann. Man hat in den Runden, wo man das über Lang gespielt hat, eigentlich immer gerne mit Sinn, als die Layton-Spieler über Kurz gearbeitet. Und die Granate ein kleines bisschen bitter. Und jetzt soll es den Cross über die Kreuze gehen. Hätte ein Jump-Throw sein sollen. Jetzt wäre eine Entry-Flash gewesen gegen die CD-Base. Devran, guter Winkel auf der Kiste. Sieht den Spieler, lässt ihn durchlaufen. Sehr gut korrigiert hier, um Sinn zu holen. Der zweite Frag für ihn auch. Und Molotov an die Schräge. Jetzt hat's Devran aber erwischt. Wollte nochmal einen Blick Richtung Schräge werfen. Immer noch eine Überzahl-Situation für Pig-Clip. Allerdings, No Limit hält die Lang-Kontrolle. Und da verstehe ich nicht, warum der Plant jetzt unbedingt hinter der Einser-Box kommen muss. Der Höchstgeld wird dessen sogar noch den Frag von der Kreuzung gemacht. Ja, das ist eine superschwierige Situation. Jetzt hier gerade für Xen und Paddy, die Runde durchzukriegen. Xen auf dem Spot. Der hat auf jeden Fall einen ordentlichen Shot gesetzt gegen den guten Devran. Aber man muss halt noch mehr kommen. Paddy supportet, aber dann gibt's durch die Kiste für Xen. Paddy mit dem nächsten Kill. Kann er das hier ausspielen? Nein, kann er nicht. Und auch da, ich verstehe, was du meinst mit dem Plant, wäre natürlich die Situation schwierig gewesen. Es ist halt kein Lang-Plant. Und da sie hätte so oder so durchziehen können. Ja, auch gerade von der Plateau-Position hätte das wahrscheinlich funktionieren können mit dem Eins gegen Zweifel-Red. Immer im Konjunktiv gesprochen. Xen hier vielleicht etwas überhastet mit dem Plant an der Einser-Box gewesen. Aber vielleicht musste es in dem Moment aus seiner Sicht auch sehr schnell gehen, damit sie zumindest das Geld durch den Plant mitnehmen können. So viel Extra-Geld war es jetzt allerdings nicht, dass sie nochmal komplett auf AKs gehen können. Galil, McTen, nur eine Diegel bei Sky. Das ist unschön für eine Buy-Round. Aber da müssen sie jetzt durch. Wenn Pigslip die gewinnt, dann könnten sie sogar die Führung übernehmen. Denn danach steht eine Eko für No Limit Gaming. Ja, also für beide Seiten geldtechnisch jetzt eine super entscheidende Runde. Klassische Money-Decider-Round, die jetzt hier ansteht. Man steht sehr, sehr breit bei NLG. Also diesmal eine Runde, in der man sich nicht allzu früh festlegt. Erstmal die Doppel-Kurzdeckung. Aber immerhin auch das ist natürlich schon ein Stück weit Raum, den man hier bekommen hat. Aber man müsste natürlich gegen Devran vorgehen. Hat jetzt aber zumindest auch AWP-seitig ein Gegenstück hier. Mit Red und in der Mitte ist es erstmal Kree. Und die Bombe fällt hier unglaublich unglücklich. Aber Kree will das Ganze nochmal absmoken, was natürlich nachvollziehbar ist. Aber dadurch fällt er hier an dieser Stelle. Blick zurück von Pair, die ganz, ganz starke Awareness. Und wieder auf drei gegen drei ausgeglichen. Da steht noch Marix mit der AUG am Plateau von B. Hat also einen guten Blick in die Cutters rein. Kann sogar sein, dass die Sin schon gespottet haben. Trotzdem gibt es noch keine Rotation in Richtung B. B von beiden Seiten. Sogar ein sehr krasser Laufweg von Sky gerade Richtung A lang. Oh, und das Timing. Das Timing. Ich glaube, Sky und Devran, die haben sich gerade verpasst. Jetzt erst zielt er Richtung lang. Devran hat die Steps, glaube ich, noch nicht gehört. Aber er hat ein mega Timing. Steht zwischen den Gegnern. Den Spieler cutters unten dürfte er gleich als erstes spotten. Den kann er schon mal holen. Jetzt will er wieder zurück. Schnappt sich aber erstmal den Spieler an kurz. Aber er weiß nicht, dass Sky in seinem Rücken steht. Ein extrem starkes Spiel von Devran. Auch wenn er jetzt fallen wird hier gegen Sky. Damit hat er sehr wahrscheinlich die Runde entschieden. Sky muss jetzt das Messer in die Hand nehmen und schnell auf den Spot kommen. Und da erwartet ihn auch schon Tarsin. Ansonsten reicht die Zeit hier nicht mehr. Er muss direkt auf den Kurzblend gehen. Und entweder hält sich Tarsin bedeckt. Oder ja, es wird schon so nicht mehr reichen. Molly zurück. Marix geht durch. Schöner Flick nochmal auf ein HP runter hier für Sky. Aber ja, da kann er nichts mehr machen. Ich glaube, er hat das Maximale hier noch rausgeholt. Aber Devran, Runden entscheidende Situation. Und das Bittere daran ist, dass sie trotzdem hier mit super wenig Geld aus der Geschichte rausgehen und sich selbst überlegen müssen, ob sie das jetzt hier überhaupt, nicht ob sie es kaufen, aber wie sie es kaufen. Und auf der anderen Seite natürlich die Option für NLG, einen kompletten Force zu spielen. Ist die Frage, ob man das Risiko eingehen möchte. Man hat die AWP ja noch dabei bei Sky. Aber natürlich die sichere Variante, die häufiger gewählte Variante. Aber ich hätte mich gefreut über den Force-Ball. Es wäre bei dem Spielstand wahrscheinlich zu heftig gewesen vom Risiko her. Da geht nochmal die Farmers gerade an Tarsin. Devran übernimmt die M4. Gerade für die Distanzrichtung kurz ist die M4 wahrscheinlich die bessere Waffenwahl. Nochmal Dialang-Smog, während sich No Limit Gaming hier in den Cutters ja nochmal sortiert. Es geht nochmal Richtung Cutters unten vor. Sie haben keine Granaten dabei. Red hat jetzt die AWP bekommen und da wird auch nochmal die Deagle weitergelegt, damit Sky die ebenfalls spielen kann. Die AWP jetzt gerade Richtung Kurz durchgeschickt worden. Eventuell Steps, die Whisky und Kree gehört haben. Doppel-Alang-Deckung noch dazu. Hier spielt Pigslip Gaming klar auf A-Retake. Aber die ganzen Steps an Kurz, die möchte No Limit Gaming, jetzt nur als Fake mitnehmen. Das ist aber der Mitte-Drop nochmal gehört worden. Und so viele Informationen jetzt für Pigslip allein durch Steps, die sie hören. Ja, und darauf kann man natürlich arbeiten. Crossfire steht in der Mitte. Trotzdem geht Hisky auf den Frag. Aber dafür wurde schön für Kree reingebaitet. Mit dem Doppelkill und Kree wieder mal ein Biest auf das 2. Kree mit dem Ace. Und er zeigt, warum er letztes Mal definitiv der stärkste Spieler im Pigslip-Lineup auf das 2 war und alles zerjossen hat und nach 22 Runden schon 30 Kills hatte. Das war wirklich mal wieder eine richtig krasse Aktion von ihm. Oh ja, gerade der letzte Schuss ganz cool geblieben. No Limit Gaming, den Forceball verloren. Für Sky ist gerade nur die Galil drin, weil er in der einen Runde die AWP gesaved hat. Das hat sich also nicht wirklich gelohnt. Die AWP hat auch keinen Frag gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder nur einen. Paddy. Die verzögerte Lang-Einnahme von No Limit Gaming ist der Plan. Und eventuell erwischen sie Devran, wenn sie die Flash haben. Und er hat erstmal einen Kill gemacht. Flash kommt. Devran geht down und die Kontrolle geht auch an No Limit Gaming. Wichtig, dass sie das bekommen. Aber Kree in der Mitte einfach nur einen Jigglepeak für die Information. Und vielleicht kann ihm Marek sogar eine Flash geben. Aber da ist Sky längst aus der Mitte raus. Ja, Sky kann jetzt aber gegen die Doors arbeiten und bekommt hier Kree heraus. Kann also die Rampage schon früh stoppen. Nämlich bevor überhaupt irgendetwas passiert. Und es geht erstmal auf Contact einfach auf Lang vor. Jetzt kommen erst die Cross-Smokes. Sky war in der Mitte nochmal erfolgreich. Und der arbeitet natürlich auch weiter gegen den Kurzspieler. Also Tarsin, der könnte nicht mal, wenn er wollte, gerade was gegen diesen Push auf Lang machen. Wird dann sogar noch direkt abgeholt von Sky. Also kaum in Worte zu fassen, was er hier gerade für einen Impact in den Runden hat. Ja, und da haben wir vielleicht auch gerade gesehen, warum Xen in der einen Runde nicht an der Zweierbox gelegt hat. Sondern hinter der Eins. Weil inzwischen immer mehr auf diese Jumpshots gegangen wird bei den Plans. Da hat auch Paddy gerade drauf geachtet, als er die Bombe einmal kurz angelegt hat. Und dann direkt mit der AK abzählt, ob da jemand kommt, der gerade einen Sprung versucht. Aber der kam nicht. Deswegen legt er die Bombe da noch etwas sicherer durch. Am Plateau steht Paddy dann auch bereit. Der kann am besten jetzt um die Bombe fighten. Aber ich glaube, sie liegt nicht mal ganz an der Zweier dran. Das wäre dann Red, der noch einen guten Blick drauf hat. Aber dazu kommt es gar nicht mehr. Marix ist längst dazu übergegangen, seine M4 zu saven. Es wird ähnlich spannend wie auf Overpass. 13-13. Aber Geldtechnisch gerade größere Probleme bei PXLib Gaming. Ja, die müssen sich jetzt gut entscheiden, was das mit dem Geld werden soll. Ich denke, kein Forceball. Ich möchte es nicht wieder irgendwie sowas heraufbeschwören. Aber auch da kann man sich natürlich, wenn man das dann drauf anlegt, was zusammenkaufen. Und Marix beispielsweise zweimal die Farmers legen lassen. Und auf die eigene Diegelstärke vertrauen. Aber es wird die Eco werden. Ich gehe immer nur den, was wäre möglich Fall durch. Nicht den, ich würde genauso kaufen Fall. Und von dem her heißt es eine M4. Und ansonsten eben nur die mageren Pistols. P250 beziehungsweise USB. Und das heißt wahrscheinlich, und das muss man hier wirklich mit Vorsicht behaupten bei dieser Partie, eine leichte Runde für NLG zu 14. Sollte. Wir müssen echt vorsichtig sein heute, was die Ecos angeht. Pankri, der schon wieder die Mitte reingeht, kommt gleich an die AK. Nach diesem One-for-One in Lower Cutters. Und schon erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten. Vor allem, weil er Sky noch wegtappt. Oh boy, oh boy. Jetzt muss ich No Limit Gaming wirklich zusammenreißen. Die Runde dürfen sie einfach nicht verlieren. Aber gerade wenn man es zu sehr möchte, passieren häufig Fehler. Ja, und dieser Bangle könnte man im Nachhinein natürlich noch als Fehler bezeichnen. Beziehungsweise das Durchgehen da zu dem Zeitpunkt. Aber das ist natürlich nahezu nicht abschätzbar. Red, der wechselt nochmal auf die Rifle. Ist damit agiler. Kann diese Duelle hier besser eingehen. Devran im CT. Weiß ganz genau, dass da in der Ecke einer wartet. Geht jetzt Step-by-Step nach vorne. Will das Duell gegen Devran. Kriegt das Duell gegen Devran. Unten an der Kiste. Den Blick hat er nicht. Jetzt hat er den Spieler aber gesehen. Und er kriegt Tarsin auch noch down und rettet die Runde hier nochmal für NLG. Nachdem Pixlip hier wirklich eine super starke Eko gespielt hat. Und ja, den Sieg in der Runde eigentlich schon verdient hatte. Boah, König Red, der No Limit Gaming ein weiteres Mal eine Runde retten kann. Und da spreche ich nicht unbedingt von dieser Map, sondern auch vom letzten Das-Zwei-Game. Da muss er auch gegen DevFox die ein oder andere heikle Situation für sein Team klären. Taktische Pause, No Limit Gaming. Und eines ihrer größten Probleme aktuell, muss man mal ganz klar sagen, ist Kree in der Mitte. Weil das ist eine ultra krasse Impact-Position, die er spielt. Er kann viel Informationen geben. Die Fracks, die er macht, super wichtig, damit ein B-Split gar keine Option für No Limit Gaming wird. Und gleichzeitig, wenn er es aktiv spielt und reingeht, wird er gefährlich gegen den möglichen Backstep. Gegen Akkurs zum Beispiel. Also super, super stark, wie Kree das Game über die Mitte an sich reißen kann. Und da steht meistens noch Hüsky dabei, der mit 26 Kills sogar einen Frack mehr hat als er selbst. Jawohl, also das ist sehr, sehr schön, ihm auch dabei zuzuschauen. Weil das ist aiming-technisch wirklich absolute Extraklasse. Weil das Ace nochmal nehmen, der hat einfach so kernig diese Köpfe da weggelattet. Also ein Ace in der Situation ist schon komplett geisteskrank. Aber das dann auch noch komplett clean mit Headshots zu machen, da kannst du wirklich nur noch mit 5x One-Tap einen drauflegen. Und Paddy mit einem schnellen Push in Richtung Kurz, aber Devran. Und dann gibt es wieder einen für den Zettel. Ja. So, aber immer noch eine knappe Führung für Red mit 4 zu 3. Und Sky, der wartet hier noch auf Kurz. Oh, zieht ihr das mal an, ey. Direkt sind sie wieder zu dritt ready, um kurz entgegenzugehen mit der Smoke, die sie sich geworfen haben. Kümmern sich gar nicht um erlang. Da macht Sky. Die kommt nicht an. Und Sky. Wird direkt gesehen hier. Auch stark, stark das Spacing, dass sie da nebeneinander laufen und gleichzeitig mit zwei Crosshairs sozusagen mehr Raum sehen können. Paddy will die Rotation jetzt aber abfangen, wenn Tarsina auch noch fällt. Oh, dann könnte es Marek auf dem Baseball an den Kragen gehen. Der Refrag ist da, auch wenn Marek seinen Job gegen die Cutters ganz gut gemacht hat. Es sind zwei gegen eins und jetzt hängt es an Devran. So viele Fans im Chat, die seine Unterstützung jetzt gebrauchen können. Jawohl, da muss auf jeden Fall ein bisschen Liebe reinkommen, damit er das hier nochmal reißen kann. Eins gegen zwei. Das wird eine richtig harte Nummer und er wird gesehen, damit seine Position jetzt hier bekannt. Er hat nochmal einen Molotow, um gegen das Plateau zu arbeiten. Da hat sich Paddy allerdings schon entfernt. Das wäre nochmal ein guter Move gewesen, weil beide Spieler low und der No-Scope geht nicht rein. Xen klärt die Runde final. NLG mit 15-13 kurz davor, dieses Game zu closen, weil Pigslip Gaming jetzt auch wirklich super wenig Geld hat. Boah, ist das bitter gewesen. Der Refrag gegen Sky hat dafür gesorgt, dass Pigslip wusste, dass sie kurz nicht aufbauen, weil er da alleine stand. Dann droppen beide Spieler runter oder zumindest einer davon und sie laufen der Mitte entgegen. Aber genau darauf war No-Limit Gaming vorbereitet. Ich glaube, anstatt den Fake zu erkennen bei Pigslip und in der Mitte vorsichtig zu sein, dachten sie, dass noch niemand die Mitte rausgelaufen ist. Ein Mini-Fehler, der sie unfassbar viel gekostet haben könnte. So, und Hiski, Knochenriegel darf natürlich auch immer wieder mal erfüllt werden. Aber natürlich nicht, wenn es nach NLG und wenn es nach Penny geht, der hier nochmal einen weiteren Frag setzt. Vier gegen vier Situationen. Perics, der wartet nur darauf, dass es irgendeine Art von Attention hier gibt. Am Baseball hat auch mal wieder die Smoke in der Hand. Und auch auf lang, wenn wir uns die Position da angucken von Xen und Devran ist, dass die auch die sind. Und so nah und doch so fern, Xen jetzt sogar noch mit den Granaten in der Hand, Devran hätte da immer wieder Zeitfenster, um den Kill zu setzen. Geht jetzt nach vorne, aber Xen wieder mit der Waffe draußen, kriegt diesen Kill. Und die Odds gehen immer weiter in Richtung Energy. Wie dreist, wie geil. Leider zu laut. Und trotzdem bekommt Etasi noch. Junge, war es ein Play von Xen. Er rennt durch den eigenen Molotov, glaube ich, durch. Oder durch den gegnerischen Molotov. Niemand rechnet mit sowas. Was ein Play von ihm. Das kannst du nicht auf dem Schirm haben. Paddy in der Mitte beendet diese Partie dann mit dem 2 zu 0 für No Limit Gaming. Mit diesem...